Leclercs Trauer, Träume und Titelhoffnungen Dieser Sieg bedeutet Leclercs Trauer, Träume und Titelhoffnungen. Dieser Sieg bedeutet Leclauer, Träume und Titelhoffnungen. Dieser Sieg bedeutet Charles Leclerc, der charismatische Monegasse und talentierte Fahrer von Scuderia Ferrari, hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt der Emotionen durchlebt. Vom Verlust seines Vaters und engen Freundes Jules Bianchi bis hin zu bemerkenswerten Erfolgen auf der Rennstrecke. Leclercs Reise im Motorsport hat sowohl Höhen als auch Tiefen gesehen. Der 25-jährige Fahrer hat kürzlich einen weiteren beeindruckenden Sieg verbucht, der ihn seinem Traum, Weltmeister zu werden, einen Schritt näher bringt. In einem Interview nach dem Rennen sprach Leclerc offen über seine Gefühle, Träume und Hoffnungen für die Zukunft. Dieser Sieg bedeutet mir unendlich viel, sagte Leclerc, als er sich sichtlich emotional äußerte. Nach allem, was passiert ist, fühlt sich jeder Sieg wie eine Bestätigung harter Arbeit und Ausdauer an. Ich widme diesen Sieg meinem Vater und Jules, die einen großen Einfluss auf meine Karriere hatten und immer noch haben. Trauer und Verlust Charles Leclercs Weg zur Formel 1-Spitze war von persönlichen Verlusten geprägt. Sein Vater, Harvey Leclerc, verstarb 2017 nach einem langen Kampf gegen die Krankheit. Nur Monate später verunglückte Jules Bianchi, Leclercs Patenonkel und Mentor, tödlich beim großen Preis von Japan 2014, an den Folgen eines schweren Unfalls. Diese Verluste prägten Leclerc tiefgründig und verliehen ihm eine reife und reflektierte Perspektive. Der Verlust von zwei Menschen, die mir so nahe standen, hat mich gelehrt, den Moment zu schätzen und niemals aufzugeben, erklärte Leclerc. Es gibt Tage, an denen die Erinnerungen sehr stark sind, besonders wenn ich an Orte komme, die für uns alle eine besondere Bedeutung hatten. Träume und Karriere. Leclercs Karriere begann in Katz in Monaco, wo er sich schnell einen Namen als Wunderkind des Motorsports machte. Seine Geschwindigkeit und sein Talent blieben nicht unbemerkt und er wurde bald von einigen der größten Teams und Talentscouts der Formel-1-Welt beobachtet. Nach beeindruckenden Leistungen in der GP3-Serie und der Formel-2, wo er den Meistertitel gewann, erhielt Leclerc 2018 seinen ersten Formel-1-Vertrag bei Sauber. Bereits ein Jahr später wurde er von Ferrari verpflichtet, einem der prestigeträchtigsten Teams der Rennsportgeschichte. In seiner Debütsaison für die Scuderia zeigte er beeindruckende Leistungen und gewann zwei Rennen, was ihn zum jüngsten Ferrari-Rennsieger aller Zeiten machte. Herausforderungen und Konkurrenz Die Formel-1-Saison 2023 stellte jedoch eine Reihe von Herausforderungen dar. Trotz seines Talents und seines Engagements gelang es Leclerc nicht immer, an die Spitze zu kommen. Probleme mit der Zuverlässigkeit des Autos, strategische Fehler und starke Konkurrenz von Fahrern wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und seinem eigenen Teamkollegen Carlos Sainz machten den Weg zum Sieg steinig. Doch Leclerc bewies, dass er sowohl körperlich als auch mental für die Herausforderung gerüstet ist. In der Formel 1 gibt es viele Faktoren, die den Erfolg beeinflussen können, erklärte er. Manchmal hat man Pech, aber das gehört zum Sport dazu. Wichtig ist, dass man daraus lernt und stärker zurückkommt. Der jüngste Sieg Leclercs, jüngster Sieg, war ein Beweis für seine Fähigkeit, Druck zu bewältigen und Herausforderungen zu meistern. Das Rennen, das in den malerischen Hügeln von Spa-Francorchamps-Stadt stattfand, war intensiv und voller Action. Mit einer perfekten Mischung aus Strategie und fahrerischem Können setzte sich Leclerc gegen seine Konkurrenten durch und überquerte die Ziellinie als Erster. Spa ist immer etwas Besonderes, sagte Leclerc nach dem Rennen. Es ist eine anspruchsvolle Strecke, die fahrerisches Können und eine gute Strategie erfordert. Ich bin wirklich froh, dass wir es geschafft haben, alles zusammenzubringen und den Sieg zu holen. Titelhoffnungen. Mit diesem Sieg hat Leclerc seine Position im Kampf um den Weltmeistertitel gefestigt. Doch er weiß, dass der Weg noch lang und voller unvorhersehbarer Wendungen ist. Jeder Punkt zählt, betonte er. Wir müssen weiterhin hart arbeiten und fokussiert bleiben, denn die Konkurrenz schläft nicht. Leclercs Traum, Weltmeister zu werden, ist nicht nur ein persönlicher Ehrgeiz, sondern auch eine Hommage an diejenigen, die seinen Weg begleitet haben. Mein Vater und Jules haben mich immer ermutigt und an mich geglaubt, sagte er. Ich möchte den Titel für sie gewinnen und ihnen zeigen, dass ihr Glaube und ihre Unterstützung nicht umsonst waren. Unterstützung des Teams. Ein wesentlicher Faktor für Leclercs Erfolg ist auch das Team hinter ihm. Die Ingenieure, Mechaniker und Strategen von Ferrari arbeiten unermüdlich, um dem jungen Fahrer das bestmögliche Auto zur Verfügung zu stellen. Ich habe großes Vertrauen in mein Team, lobte Leclerc. Wir haben einige schwierige Zeiten durchgemacht, aber wir bleiben immer zusammen und geben unser Bestes. Mattia Binotto, der Teamchef von Ferrari äußerte sich ebenfalls positiv über Leclercs Fortschritte. Charles ist ein außergewöhnlicher Fahrer mit unglaublich viel Talent und einer starken Arbeitsmoral, sagte Binotto. Wir glauben fest daran, dass er das Potenzial hat, Weltmeister zu werden, und wir werden alles tun, um ihn zu unterstützen. Die Zukunft des Monegassen. Was die Zukunft betrifft, bleibt Leclerc bescheiden und fokussiert. Ich nehme jedes Rennen, wie es kommt, erklärte er. Es ist leicht, in Träume und Erwartungen abzudriften, aber letztendlich zählt Zeit, was man auf der Strecke leistet. Ich werde weiterhin hart arbeiten und jedes Rennen als neue Chance betrachten. Der Weg zur Weltmeisterschaft ist lang und unberechenbar, aber Charles Leclerc hat gezeigt, dass er bereit ist, jede Herausforderung anzunehmen. Mit seiner Leidenschaft, seinem Talent und der Unterstützung seines Teams ist er auf dem besten Weg, einer der großen Namen in der Formel 1-Geschichte zu werden. Quellen, Formel 1, Scuderia Ferrari, Interviews nach dem Rennen, persönliche Aussagen von Charles Leclerc und Mattia Binotto. Auto an die Farke, Montag, 27. Mai, 24.